Leipzig wirbt mit der Reformation. Martin Luther und seine 95 Thesen. Kaum jemand hat so viel Einfluss auf unsere heutige Lebensweise gehabt wie der Theologe. Und 2017 jährt sich der Thesenanschlag bereits zum 500. Mal. Bis dahin sind es zwar noch drei Jahre, aber der sächsischen evangelischen Kirche kribbelt es sozusagen schon langsam in den Fingern. Ich denke, das ist eine Sache, die jetzt wirklich mehr und mehr an Fahrt gewinnt, weil Menschen merken, dass das nicht bloß irgendein historisches Datum von vor 500 Jahren ist, sondern dass Reformation heute wirklich in ganz vielen Lebensvollzügen und Lebensbereichen so etwas wie eine Art Sitz im Leben hat. Um das Reformationsjubiläum etwas anzukurbeln, wird am 6. Juni unter anderem der sächsische Lutherweg eröffnet. Auf 500 Kilometern Länge können 26 Stationen besucht werden, an denen der Reformator gewirkt, gelebt oder genossen hat. Die Strecke geht von Thorgau über Leisnig und Oschatz runter nach Zwickau und von dort über Borna und Leipzig wieder zum Ausgangspunkt zurück. Natürlich können die Lutherpilger auch ihren eigenen Anfangspunkt wählen, zum Beispiel Leipzig. Denn unsere Stadt hat es dem damaligen Katholikenschreck regelrecht angetan. Ja, natürlich die Thomaskirche als ein Ort, wo der Luther auch die Reformation eingeführt hat. Die Nikolai-Kirche, die natürlich auch dazu einlädt, sich mit der friedlichen Motion auseinanderzusetzen. Das Museum der Bildenden Künste, wo zum Beispiel auch Luthers Gemälde hängen. Wir haben auch das Paulinum dabei. Wir haben aber auch Locations dabei, wie die Gastronomie Auerbachs Keller, wo Luther gern gewesen ist. Der Thüringer Hof, der Luther war ja ein großer Netzwerker und war auch gerne mit Wirten befreundet. Und das ist ja schön, dass das auch davon noch zeugt. Der Leipziger Lutherweg wird übrigens schon am 25. Mai eröffnet. Und gut einen Monat später steigen in der Stadt auch der Landeskirchentag und das Deutsche Evangelische Chorfest. Vielleicht noch etwas länger, ich finde, dann ist es schwierig zu sein. Vielleicht noch etwas länger, ich finde, dann ist es schwierig zu sein.